Herzlich willkommen bei BearingPoint. Wir sind ein international agierendes Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern in Europa. In Österreich sind wir eines der größten Technologieberatungsunternehmen. Wir befinden uns hier am Standort in Graz, nähe dem Schwarzelsee, wo mehr als 300 unserer Technologie-Spezialisten sich mit Themen rund um Netzwerksicherheit, Softwareentwicklung, Cloud- und Internetbasierte digitale Services beschäftigen und als einer der größten reinen IT-Arbeitgeber in der Steiermark bilden wir auch Lehrlinge im Bereich Softwareentwicklung und IT-Systemtechnik aus. Wir suchen in unserem Unternehmen helle und kreative Köpfe, damit wir die Probleme unserer Kunden in Punkto Digitalisierung, computergestützte Automatisierung unter immer größer werdenden Bedrohungen aus dem Internet gerecht werden können. Den klassischen Arbeitstag gibt es bei uns eigentlich nicht, weil jedes unserer Jobprofile unterschiedliche Aufgabenbereiche beinhaltet und unterschiedliche Herausforderungen für jeden bereithält. So kann es sein, dass man den Tag beginnt mit seinem Team und den letzten Tag nachbespricht oder auch nach einem kurzen Kaffee sich vor seinem Rechner hinsetzt und an Problemen arbeitet, mit denen man vom Kunden konfrontiert wird. Es ist also wirklich jeder Tag komplett spannend und eine total neue Herausforderung. Wie gesagt, suchen wir junge, dynamische und kreative Köpfe. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich am Talent Day begegnen und du gemeinsam mit uns die neuen digitalen Services der Welt von morgen entwickelst. auf eine alternative Methode auf eine positive Schmerz